Und dann habe ich mich abgeschminkt, so meinen Pyjama angezogen und die Glotze angeworfen. Und dann sah ich, dass du mir eine WhatsApp geschrieben hast und dachte, was denn jetzt, jetzt hat sie vielleicht irgendwas vergessen, das haben wir eigentlich immer. Richtig, das stimmt. Und jetzt ist es so für alle, die vielleicht ein bisschen sensibel sind, jetzt beginnt der Film Hangover an dieser Stelle. Und alle, die das nicht ertragen können, sollten jetzt lieber weghören, denn diese WhatsApp hat in dieser Nacht alles verändert.